So, jetzt lasst euch was sagen von mir, dieser Kreis, ich hoffe, ihr betreft, erinnert an die Pummering, die jetzt in Wien ist, die Glocken, und die ist da gestanden, wenn ich da hochgeschlafen habe, also angeschaut haben, die werden so leid, und da ist sie nach Wien gekommen. Cool, oder so groß? Pummering von Wien. Dagi, erklär mir jetzt mal genau, was ist der alte Markt, war der damals auch schon zur Rieterzeit so? Du, das kann ja jetzt von sagen, ich brauche mal ein iPhone, das will sich ja das gut nicht tun. Stimmt, die haben mich nicht angelogen, das ist genau so lang wie der Hauptplatz vor ist. Dagi, was dauert davon? Dagi! Dagi! Ja? Hättest du gehört, statt, ist das wenn ich sagen, jetzt gehen wir ins OK, ok? Und sie sagt, jetzt gehen wir ins OK, ok? Nein, ok, ok? Okay, ok. Genau, das wird schon gut sein. Lin, verändert sich!